Hallo meine schnellen Freunde, Speedy Gonzales, ihr Mäuse, was geht ab? Heute wieder eine schöne Runde, ein schnelles Checky PUBG und mit Fischy, Putty, Silox, ja, auf Destin, Schmessen, ja, steigt alle ein und let's go. Hallo. Wir sind alleine, Alter. Also oben sind ganz viele Lodge, aber unten sind wir alleine. Ja, das ist gut. Dann machen wir die nämlich von hinten kaputt. Ich habe jetzt schon so ein gutes Thumbnail im Kopf. Könnte Toss sein. Bobby, dann müssen wir nochmal klären. Bist du auf eine Selfie-Idee? Sorry. Ich bin so ein Arsch. Hä, warum bist du ein Arsch? Ich bin ein Arsch. Aber warum denn? Weil ich habe keine Selfie-Idee geklaut. Ja, aber ich brauche nicht. Ich sterbe ja nie. Ach ja, stimmt. Heute bist du ein Arsch. Boah, ich habe so schlimme Lacks heute, ne? Ich weiß nicht, woran das liegt. Weil du der Teufel bist. Nein, es ist heute echt extrem und es kann sein, dass ich dadurch öfter sterbe. Das sagt er jetzt immer jeden Tag, ne? Nein, 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 nein. Ich meine, das ist im Ernst. Das Problem ist, ich habe das immer, weil mein Rechner kacke ist, aber heute ist es jetzt jede zweite, dritte Sekunde. Das hatte ich noch nie. Das ist zu viel. Ja, das ist wirklich zu viel. Das ist ja das Problem. Oh, ich schaue mich da nicht hoch, so. Ich glaube, die sind noch oben. Mhm. I guess. Leider keine AR, nur eine Kaka-O-Zie. Ja, ich habe hier gerade eine M4 hingelegt. Hm, pass, 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 pass. Habe ich nicht, weil die hat Franzi. Oder Patti, Patti. Ich habe keine, ne. Ich habe eine AR, alles gut. Wir müssen gucken, dass sie nicht den Zwischenraum behalten. Hier ist eine Shotgun. Achso, ohne Muni. Ich habe auch ganz viel ACP-Munition eigentlich, weil ich habe eine OMP, aber nicht so viel Muni. Ich habe da gerade welche. Kampfen über uns, ne? Einer ist schon links hier. Ja, ja. Könnt ihr halten, dann hol ich Franzi. Knock, 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 knock. Das ist Patti, das kommt. Nein, nein, nein. Patti. Okay, das eine Team ist down. Aber da ist noch ein Team. Da haben wir schon diese Fragen richtig. Was denn? Äh, ich habe, was denn? Ich habe nur einen. Ich habe, du brauchst einen Booster, ne? Brauchst du Heilung? Hier, bei mir. Drei Stück, Patti, wenn du Heilung brauchst. Ich habe hier ACP-Munition hingelegt. On me. Der braucht nichts zum Heilen. Gleich jetzt nach oben. Einer ist draußen. Habt ihr gehört? Ja. Ja. Einer ist über uns. Einer hält auf jeden Fall. Die Knocken sind gegenseitig, oder? Nur flash? War da Insta? Ja, aber da ist noch ein Team. Was ist Insta? Jetzt. Ich glaube, die haben sich bekämpft. Die haben sich bekämpft. Ich glaube, das ist alles down. Ich glaube, alle down. Ja, alle down. Alle down! Alle down! Wir haben abgestaut! Wir haben abgestaut von hinten! Katschen, Alter! Hä? Hä? Brauchst du noch Booster-Party? Oh, hier ist alles. Hier ist alles. Ich hab keinen Platz mehr. Keine Booster. Ich kann dir Booster geben. Ich hab nur 1-1, aber ich kann dir trotzdem was geben. Hier, Pattmann. Dann beginnst du Fischi. Du sagst es in dem Bild. Hier ist auch ein großes Bild. Danke, dass ich dich in mein Team nehmen konnte, Kappi. Ja, ich... Du verstehst es halt leider nicht, ne? Wahrscheinlich. Also, ist das so wie bei anderen Sachen? Das heißt, wenn ich jetzt Punkte mache, hast du was davon? Also, es ist quasi dasselbe wie es bei Bundesliga, Football, Basketball. Diese Fantasy-Liga, wo du echte Spieler dann nimmst und die einen bestimmten Wert haben. Und je nachdem, was für eine Leistung sie bringen, kriegst du dann Punkte. Aber egal wann oder... Weil ich mach da ja nicht mit. Nee, nee, das ist jetzt... Fängt Montag an, dass die Weltmeisterschaft von Montag bis Sonntag geht das. Ja, aber was hat das mit mir zu tun? Also, ich spiel ja nicht in der Weltmeisterschaft. Weißt du was? Nee, aber das ist so ne... Ja, ich weiß. Aber es war halt ein... Ich will ja nur die... Ich will ja nur verstehen. Verstehst du? Es war ein Gag quasi. Man nimmt halt quasi Spieler und ich hab dann halt über die echten Profis eure Köpfe quasi gemacht. Bin ich noch dabei? Nee, leider nicht, Franzi. Wie? Uuuuh. Schwierige Nummer. Ich hatte gestern... Ich hatte den... Ich hatte nur noch einen Platz für den Benchplayer. Du willst doch nicht Benchplayer sein. Ja, aber ich bin ja anscheinend auch nicht Benchplayer. Guter Versuch. Guter Versuch, aber... Was ist das für eine Aussage? Du willst ja nicht Benchplayer sein. Aber in unsere normale Roaster kommst du auch nicht. Uiuiuiuiui. Uiuiuiui. Uiuiui. War schön mit euch. Wir schreiben uns das auf. Warum laufe ich hier so dumm im Kreis und mach irgendwie nichts richtiges? Weil ich noch nicht war... Ich bin ganz wiss. Ich wusste auch was sie noch sagen jetzt. Einfach Maul halten jetzt. Am besten. Hallo Raya. Hallo Raya. Hallo Raya. Hallo Raya. Hallo Raya. Hallo Raya. Kaffee ist gefährlich heute, doppelt so gefährlich wie normalerweise. Sie hatte Kaffee, aber der war schlecht. Die ist noch schlimmer. Die ist noch schlimmer. Das ist noch schlimmer. Das ist Minus Kaffee. Minus Kaffee. Das ist immer befriedigend. Das ist... Nee. Ich trinke einfach keinen Kaffee mehr. Das ist... Nur noch für... Also manchmal... Manchmal... Warum ich noch Kaffee trinke, ist manchmal für den Geschmack. So mit Kuchen oder was? Ja, wie oder was? Ja, aber das ist halt auch ne... Also das ist auch ne gefährliche Sucht halt einfach so, ne? Also ich trinke es jetzt auch nicht, weil ich denk, boah geil. Also weil es mir irgendwas bringt oder so. Sondern einfach weil ich... Also gefühlt brauche ich das morgens. Ja, dann musst du es weglassen. Und dann... Also es geht schnell. Es geht schnell weg. Oh, was denn, Paddy? Ab morgen fang ich an. Fängst du ab morgen an? Als wenn. Du siehst doch jetzt noch um. Du willst doch umso mehr Kaffee brauchen wahrscheinlich. Nächste Woche. Franzi, wir sind los. Ach du bist hinter mir. Gut. Wir müssen los. Wir müssen los. Ganz entspannt. Wir gehen in ein Auto. Jetzt schnappen wir uns jetzt. Zwei Stück haben wir sogar. Wiu wiu. Und... Wiu wiu. Oh, wiu wiu. Da war jemand. Mit mir. Oh, oh. Ey, 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 ey. Komm Franzi, ich nehme sie gerne mit. Steigen sie ein. Ich gucke sie wirklich, wirklich gerne. Wo möchten sie denn hin, Franzi? Loholp, danke sehr, Hallo. Hallo. Grüß Gott. Nax, Selle. Mal, da haben sie eine Distillation. Mal, da haben sie eine Distillation. Ne, ne. Komm, mal. Kommt hier. Und halt meine Waffe in der Hand. Kommt. Oh, oh. Oh, die ist ausgrün aus, ey. Oh, sieht die hübsch aus. kann man damit eigentlich schla ich guck mir das an ich mach nix gar nix sie sehen ganz schön modisch aus mit ihrer neuen jacke franzi das ist das wort modisch aber jetzt falsch benutzt weil es richtig benutzt wurde mann fischkopf musst du so ein klug scheiße sein das war ganz im ernst also ohne scheiße ich hab schon grad ich sinke schon in die scheiße hinein und ja 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 wollen wir hier oben zu dem Dings da das könnte sehr witzig werden sag mal ist Sput Engine irgendwie so ne Art Boss von dir Chris das wäre lustig Lady Melfoy hallöchen hallöchen wir können uns ja hier so ein bisschen breit drauf stellen ich mach den Adler für uns einfach oder alle machen den Adler ich mach hier keine Adler ich mach hier gar nix mehr ich flieg einfach um uns im Kreis herum die ganze Zeit und call euch wenn ihr gepusht werdet geil Auto kommt über die Straße fährt hier rein auf grün als Info hast gehört Franzi oh ja das sieht lustig aus oh das ist das erste Mal Gawk das gemacht hat ich hab mich kaputt gelacht Paddy darf ich mal ganz kurz also du kannst gerne weitermachen gleich aber darf ich mal wieder ganz kurz du musst den Adler machen Paddy es ist wichtig Paddy Paddy sonst haben wir keine Info okay lass uns hier zu den Warehäusern fahr dran ich flieg da ran hier 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 habt ihr gehört bin ich müde ja ja warum fahrt ihr nicht los oder wir fliegen alle oder wir fahren nee also wir holen die Autos also wir bräuchten ein Auto im besten Falle es kommen Autos ich nehme sogar das zweite Auto mit weil ich ein sehr guter Spieler bin ja Franzi ich muss das nochmal betonen weil so guckst du es manchmal vergisst man sollte dich in seinem Team haben auf jeden Fall scheiße du scheiße scheiße ah Stein scheiße gar kein Problem gar kein Problem richtig modisch hab ich das gemacht ach das war schön ich hab's gesehen boah das war krass ganz schön heftig ich hab sogar eine Pirouette gemacht um mehr Punkte zu bekommen ja B Note sagst du hast du auch drauf geachtet ja die Ausführung war sehr gut okay nur die Hände waren zu kurz Arme die Idee war gut ich hab auch richtig Bock um ein Freundin-Knex-Spiel zu spielen sag mal Schauts von das war nicht ich sag mal das war nicht ich das war nicht ich das war nicht ich oh oh ich bitte kannst reden nicht jetzt auf die Games Auto 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 kein Scherz jetzt kein Scherz weiß ich nicht ob das ein Scherz ist oder vielleicht ja nicht weiß ich ja jetzt nicht wenn wir so einen komischen komischen Teammitglied hier haben was einen haut oder anschießt wenn man hier landet auf dem Dach warum schreien wir denn jetzt so lass doch mal den Arm zu Lux wir können diese Spiele zehn Minuten lang so weiter treiben können wir bitte Auto Auto ich muss mich aber erstmal heilen die haben oh mein Gott er hat hier angehalten Insta ich muss mich konzentrieren kann so nicht arbeiten arbeiten also ich hab bei den Hill damals sehr gerne geguckt Schüssel wie hat er denn das jetzt gemacht Magie so Lux hast du eine Decoy dahin geworfen ich schwöre nicht da steht ein Auto da muss irgendwas sein ich war das nicht er ist hier schon da 1HP wo? links vom äh Wasser Dings Wasser Dings genau da wo er läuft hier dahinter war der und der ist 1HP gewesen das heißt er hat auch gut kassiert er heilt sich also Instant und Flashbang 2k come on come on in the shadow na 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 da kommt ein Flugzeug auf das du okay das ist mein Drop Gesundheit 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 ich hab jetzt ein Nasenspray was auch helfen soll gegen Juckaugen Boah ich hab das manchmal wenn ich Balkone gehe das geht so los bei mir einmal so bisschen wegen Heuschnupfen berührt und danach hört es nicht mehr auf nein nein ja nein nein ja nein wo ist es denn wo ist es denn wo ist es denn tschüss tschüss oh lol ich bin vorbei gefahren warum leuchtet es denn nicht also Diggi nicht nur dass du drei Jahre lang gebraucht hast dahin zu kommen weil du gegen alles gefahren bist was da vor dir zu fahren ist dann schaffst du es Auto warum bin ich jetzt hier allein eigentlich die kommt zu dir wait warum bin ich hier allein die kommt zu dir Auto hält bei dir Solux die Redzone macht mir ein bisschen Angst gerade Schlüssel von weit weg ihr verarscht mich grad ne ihr verarscht mich grad ja scheiße ich hab Angst Hilfe boah weh ich geh noch scheiße war das noch einer mit ja das ist nicht euer Ernst gewesen ja der ist totfisch go boah sie nicht mehr zu suchen like what do you mean es ist doch nicht euer Ernst dass ihr zu dritt auf einem Airdrop geht und mich hier alleine lässt mitten in der Zone mitten jetzt weint er schon wieder jetzt schreit doch nicht auf hast du noch viele Booster ich hab nur einen ne lass mich in Ruhe Fisch ohne Scheiß ja ich hab paar Booster für dich es fing an als beste Freunde und es endete hier hier komm her ey danke ja 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 definitiv party wenn du vier Tabletten hast kann ich vielleicht eine davon haben du hast du hast doch grad schon zwei bekommen ne 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 er kann nicht genug haben er kann nicht genug haben ne aber eine Tablette kann man doch noch haben wenn er vier zwei hat er hat die Netze genommen es ist unglaublich es ist ein Teamspiel hallo wer hat meins okay merke ich mir Leute boah okay ich hab äh ne kleine Idee oh ja okay ähm ihr müsst hier bleiben wo ihr seid von hier aus spielen wir sehen uns gleich lol ihr müsst hier bleiben naja wo wir jetzt spielen sitz wir sehen uns gleich ich hab jetzt das vor und wenn ich sterbe sterbe ich wenn ich nicht sterbe sterbe ich nicht bleib kriegen wir denn so leckerchen wenn du wieder kommst oh nein party was für leckerchen magst du ähm Daimschokolade stop you violated the law pay the court a fine or serve your sentence your stolen goods are now forfeit lasst mich party stop warum bist du schneller oh Gott ich hab das Gefühl dass wir dieses Spiel nicht gewinnen werden warum denn naja wir sind alle voll die Hampel Männer grad sag mal die Benny Hill Musik ne hat die noch hat die noch Rides also ich erklär euch ganz kurz ganz kurz hört ihr mir zu ja 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 eine Sekunde nur ich lande auf grün ihr spielt von dort aus wo ihr seid ok ok fertig aus mehr sag ich nicht und ich hab noch was und ich hab noch was guck hab euch lieb ich kann nicht mehr party außer party ihr stinkt müsste noch irgendwas aus der zone eigentlich kommen zu uns in die richtung ja 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 was macht ihr da also von hier kommt was Marker grün Marker grün von links auch oh mein ganz hell mit dem party ich brauche party ich brauche ein booster ich kann dir gleich was geben ne ich will den aber von party haben bitte ich will ich will euch jetzt konzentrieren ich bin konzentriert ich bin mega konzentriert es ist jetzt nur für die paar Sekunden weil ihr müsst jetzt auch ein bisschen mitmachen ich bin in der stuhle damals ihr müsst jetzt auch ein bisschen mitmachen sonst sitzen wir hier in Neudarmertag noch ihr geht nicht nach hause bevor das nicht zu Ende ist oh da schießt was oh direkt neben mir was was die sind hier markiert hier beim Baum wir töten die ah na toll party einer noch von den oh bei uns war einer ja ja das Problem ist ich kann grün ist Nock grün Nock okay da ist aber noch ein zweiter der läuft zum Stein ich weiß der ist am Stein der läuft jetzt rüber wo rüber zum Baum ist der gelaufen der hebt auf nee oh wenn die trifft nee das ist überhaupt nicht gut das ist überhaupt nicht gut ihr seid doch nicht mehr in der Zone ne der läuft wieder raus aus der Smoke boah der hat Hit bekommen am Stein der ist Nock am Stein der blau der ist noch am Baum dann der läuft rüber ich bin ich hab Self-AD macht euch keine Sorgen ich hab Self-AD ja krass ist Nock wieder einer ihr müsst jetzt auch langsam in die Zone ne ja ich geh erstmal in die Zone wie hier wie hier die sterben sowieso durch die Zone die sind hier zu dritt drauf gestellt einer von denen Nock hier steht ein Auto hinter euch ja ihr müsst die kaputt machen die da auf mich schießen ne er ist allein bei uns ist der jetzt in der Zone gestorben ich hab's nicht gesehen ich auch nicht das ist Smoke auf jeden Fall noch oh da laufen zwei oh das war der Busch wat scheiße weiß ich nicht keiner war der Busch gewesen ne hier schießt noch irgendwas das ist der Richtung der Gelb unter mir ist was unter mir ist was ok der Orange der Orange zwei hab ich direkt unter mir direkt unter mir irgendwo oh du bist allein das ist nicht schlimm Fisch kann der da kaputt machen ich hab hier rechts noch Gegner oh mein Gott nice waren das alle? das andere Team ist hier am verstecken die sind hier richtig am Arsch ihr müsst hier links rum machen bei Franzi bei Franzi rum bei Franzi rum einer muss noch unter mir versteckt sein direkt unter mir an der Treppe ist einer irgendwo was? ne nicht mehr ist er tot? ok dann laufen die jetzt gleich hier so rum auf grün es sind noch zwei Leute aktiv hier hinten am Horizont ist gerade einer gelaufen sie fahren Auto macht das Auto kaputt da kommen wir nicht hin ok ok das sind die letzten zwei in die Zone rein in die Zone rein starke Shots wir wollen den Fischkorb bisschen anmachen Fisch du darfst jetzt nicht sterben Fisch du darfst jetzt nicht sterben Fisch du darfst jetzt nicht sterben die sind da am Stein ausgestiegen du lässt mich sofort fallen hör auf mich weg zu tragen Fisch 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 schön geil tschüss YouTube tschüss YouTube viel Spaß tschüss